Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagskonzert, zum ersten Sonntagskonzert 2022. Ihr werdet sehen, ich habe mich heute ein bisschen rausgeputzt. Dieses Sonntagskonzert lehnt sich an an ein Stück von Deep Purple, Smoke on the Water. Es geht dabei um den Rauch über dem Genfer See 1971, als nach dem oder während des Konzerts von Frank Zappa es zu einer Brandkatastrophe gekommen ist. In diesem Jahr findet kein Feuerwerk statt. Ich persönlich finde das auch ganz gut so. Und genau an diesen Verzicht angelehnt, dieses Stück Smoke on the Water von Deep Purple von 1971. Ich persönlich finde das auch ganz gut so. 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 Musik 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 Ja, das war's. Wie gesagt, lasst uns darüber nachdenken, dass wir einige abgerissene Finger und einiges verlorenes Augenlicht verhindert haben. Durch das nicht stattfindende Feuerwerk in diesem Jahr. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute für dieses Jahr, viel Erfolg und viel Gesundheit.